Final Fantasy XII Hallöchen Leute, willkommen zurück zu Final Fantasy XII Ich muss doch nicht Der hat doch schon ihn anvisiert Die Schleuze zum Hangar Was ist der Hangar? So, wo ist der? Cool, wir sind nicht mal mehr auf der Map Was ist das MPTP? Wie ne Knarre Mann, woher war das? Wo ist das? Kompletter MP-Aufbrauch im Ziel TP Und den 10-fachen MP-Wert ist Oh Gott Das ist wie Mathe Nein Da sollst du die Kiste nicht angreifen Ja, aber wo ist der Hangar? Das ist halt Mobbing Oh mein Gott, Alter Sie kommen alle Nein, nicht Gift Okay Gut Oder Feuer Was auch immer er einsetzen wollte Er konnte es nicht, weil er tot ist Alter, noch jemand? Noch jemand will auf die Kloppe Aber wie er auf die Kloppe bekommt, Alter Der heult Der ist auf Wein Der ist am Wein, der Junge Ich bin am Wein, weil wir noch gar kein Level abbekommen haben Ist das die der Hangar? Kann das sein? Ja Okay Ja gut Aber wie hundertig ist denn das, dass du erstmal so eine Schleuse öffnen musst Ach nee Von hier aus kommen wir gerade erst zum Ziel hin Verstehe Warum rennt der weg? Hallo Wir wollen nur reden Aktiviert der irgendein Alarm? Nee, jetzt kommt er Okay Kann er aber mal weggerannt Du Sack Du Sack Deswegen Weil er ein Defensiver ist Nein, nicht der Hund Also sind sie tot? Ja Und er ist Level 14 jetzt Okay, ist sehr gut Und wir werden auch bald auf Level 15 Ich weiß noch nicht, ob sie auch Erfahrungsmobil bekommt Ich denke jetzt mal nicht Deswegen werde ich kurz mal wechseln Damit sie nämlich auch mal Erfahrungspunkte bekommt Und auflevelt Toll, es gibt hier wieder zwei Wege, ne? Das ist halt total dumm jetzt Wenn ich einen Weg nehme Also Ja, okay, gut Wir müssen halt beide untersuchen am besten Ich hasse euch so krass Ja 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 Nein! 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 Hört auf! Wir gehen da jetzt nicht rein! Was? Was? warte mal, wir sind hier nein, nein, nein da ganz oben hätte man lang müssen ach, leck mich am Sack, ey, was ist das denn? ach, come on, ey ernsthaft? hätte er ganz nach oben einfach hin müssen ach, komm, ey das ist hier nochmal durch du hast wenigstens keinen Alarm noch nicht alter, was zu einem Typ hier all right ha ich hab's nur für's Level abgemacht ich mein, sie wird auf jeden Fall wieder eingewechselt wenn wir Ding brauchen Zauber da brauchen wir halt bisher kaum lauf fear not their numbers die Anführer Richter A und Richter B also oh, scheiße alter, was ist denn jetzt los? was geht denn jetzt ab, alter ja, aber wenn wir die Soldaten nicht umbringen, dann wird das sogar noch viel schwieriger weil es dann extrem viele sind, nämlich ja, toll unser einer Heile hat es gemacht ich geh mach mal Ritter A muss Ritter B, hier, Richter B okay okay Naja, wir sind halt fast tot jetzt. Also, jetzt können wir aber auch heilen. Den wir Frauen wieder reinholen und dann wird die uns heilen. Einen Zellenblock-Schlüssel erhalten. Es ist die Keycard. Nein, 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 stopp, 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 stopp. Lass es Frauen übernehmen. Lass sie ihre MP verbrauchen mal. Ich werde übrigens mal Augen tropfen einsetzen für Barsch. Auch wenn wir echt nicht viele haben. Lass sie ihre MP-Schlüssel erhalten. Ja, aber auf der geht's noch gut. Wer hat aber gelevelt? Ach, Warn hat gelevelt. Stufe 15. Er müsste ja auch bald leveln, ne? Barsch. Ja, aber Barsch, ja, dauert's noch ein bisschen. In der Zellenblock-Schlüssel ist es wahrscheinlich die Keycard, ne? Die wir jetzt brauchen. Okay, also aus Erfahrung werde ich den rechten Weg nehmen, denn da ist nur eine, nur ein Laser. Das sind doch zwei. Ja. Warte mal schnell, wir müssen schnell durch da. Schnell durch. Kommt durch, Leute. Sonst löst der Lamm nochmal aus. Bin ich auf dem falschen Weg? Nee, warte mal. Nein. Wir hätten doch nach da oben gemusst. Wir sind nur noch nicht weiter. Bitte, oh mein Gott, ich bin so doof. Nein, nicht blind. Tötet ihn. Oh, ja toll. Jetzt bin ich auch noch blind. Ich hätte es noch nicht heilen dürfen, sag. Ja, ich mein, blind ist ja nicht Garantie, dass du immer verfehlst. Doch, anscheinend ist es das. Ne, einmal hab ich grad getroffen. Nein, ach Mann, ey. Ja, Toxin müssen wir halt heilen, ne. Das ist halt Schwachsinn, wenn wir das nicht heilen. Wir haben viel Gegengifte, aber das reicht auch nicht für immer. Ich dachte, das wäre die Keycard. Hier kannst du weiter. Ehrlich, habt ihr das gesehen? Wenn ihr weiter könnt? Warum ist das so voll unnötig? Warum hat man jetzt grad einen Schlüssel dafür bekommen? Grad im gleichen Raum. Speichern. Das heißt, ich muss die Blindheit gar nicht heilen. Das ist sehr gut. Ja, ich weiß. Aber bisher, ich finde den Dungeon gar nicht mal so schlimm. Ich finde es ein bisschen nervig mit dem Lasern. Aber besser als die Detonationsfallen. Die wohl einfach irgendwo random waren. Ohne. Ah, das ist... Ja, jetzt muss man... Ja, super. Eine Systemkarte. Was ist das? Hier irgendwo... Achso. Naja, scheiße. Du bist gut, Mann? Vossler, ich... Ah. Majesty. Es ist nichts. Ich werde dir gut. Du... Komm, 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 los. Was hast du warten? Panela ist noch da. Wir müssen uns schnell. Es wird nicht lange. Wir sprechen später. Ash ist hinzugestoßen. Nein, nicht Ash Ketchum, sondern Ash. Was hat die da für ein komisches Symbol? Die Frage ist, was machen wir sie? Verführen. Okay. Okay. Okay, warte mal. Was ist das Symbol für Neid? Weil bei uns gibt es nicht Neid. Ja, okay. Neid ist der Paladin. Benutzt TP, um Schaden zu erteilen. Das klingt aber scheiße. Ja, Schwertlizenz. Und das wollte ich eigentlich Warnia machen. Ja, okay. Ja, okay. Das ist schon erworben. G-Fans 3, da gab es ein Schild. Ja, okay. 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 Ja. Ja, okay. Ja. Okay. Ja, okay. Ja, okay. Warte gibt's, aber Schild gibt's hier nicht oder? Oder gibt es hier doch Schild? doch schild lizenz 2 hat sie ja ja wir haben halt leider nicht so viel was wir ausgeben könnten ich will not place my trust in the sort of a traitor yet trust his sword we must trade or no i see no other way we track back commandeer a ship and make our escape her majesty cannot abide weakness least of all in herself we must make her confront the reality of our plight so 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 Ja, aber du weißt, was probieren wir es immer aus? Oh, jetzt kann ich sie gar nicht mehr wechseln. Ja, ich glaube, man sieht es zumindest gleich gelevelt, wie wir an. Ja, ich glaube, man sieht es nicht mehr wechseln. Ja, ich glaube, man sieht es nicht mehr wechseln. Ja, ich glaube, man sieht es nicht mehr wechseln. Die sind sogar stärker als Wahn. Aber was mich halt stört, ist, dass sich ihre Leistung so langsam auffüllt. Ich muss ja auch noch Gadgets einrichten, muss ich auch noch machen. Ich kann ja auch noch nicht mehr wechseln. Ich kann ja auch noch nicht mehr wechseln. Äh, ich denke, sieか nicht mehr wechseln. Wir müssen auch hier mal gucken, dass ich irgendwie ein Skill freischalte für wo ich aber erstmal Gambits Wir hatten mit TP 50 Ah, da haben wir leider nichts, ne? Das ist halt blöd Wir haben halt leider Sie kann wieder benutzen Best Girl, Alter, Best Girl Sie kann einfach auch heilen Und sie ist strong So, hier ein Gegner, der die Gefährten angreift Der die Gefährten angreift Ja, wir haben halt leider bisher noch kaum welche Da hätten wir mehr kaufen müssen Aber ich glaube, aber ja, Zauber kann sie hier nicht benutzen Gefährten mit TP Wo ist 70%? Da Das heißt, sie kann aber auch weiß Sie kann aber auch so Protest benutzen, oder? Ne, das kann sie nicht benutzen Aber Vita kann sie benutzen, okay Ja, dafür haben wir immer noch Bar Für die TP Ja, für die Protest meine ich Für den Protest Den benutze ich ja auch kaum, aber Der ist natürlich für Bosskämpfe an sich super wichtig Aber ich will halt nicht, dass man immer einsetzt Deswegen Habe ich es halt hier auf Wo habe ich es? Hier habe ich es Das habe ich nicht mal an Ich mache es mal an Aber Gefährten mit TP 30% Das sollte eigentlich auch auf der Ebene hier sein Das macht ja sonst keinen Sinn Wenn er die dann auch immer nicht mehr heilt Okay, gut Leute, wir sagen, machen wir im nächsten paar weiter bei Final Fantasy XII Bis dann und ciao Bis dann